Was war dein Highlight in dieser Malle-Saison? Ich glaube tatsächlich das Insel Fieber Festival. So Leute, wir sind jetzt angekommen hier in Oberhausen bei Insel Fieber. Wir sind gerade aufs Gelände gefahren und suchen jetzt einen Parkplatz. Schauen wir mal was wird. Wird auf jeden Fall wild. Gucken wir mal was hier bei Insel Fieber läuft. Auf geht's! Hallo Friends! Servus! Hallo! Hallo! Hallo alle zusammen! Hier hinter der Cam. Hallo Segurati! Das ist unser Weg in Sinsen Fieber. Hallo Kellnerin! Guten Tag! Wo müssen wir lang? Achso, wir müssen ja hinrein. Ich hab mich verlaufen. Egal. Wie ist dein Name? Miriam! Hallo Miriam! Hi! Hallo! Servus! Guten Tag! Guten Tag! Oder so! Das Feeling, das ich hab! Hi! Hi! André und zwei wieder richtig Summer! Ballermann Hits! Was geht Leute? Alles gut? Alles gut? Wie geht's? Ines müssen wir noch begrüßen. Hallo Ines! Sag Hallo! Mallorca ist am Start! Hallo Servus! Bumbe! Hallo Franzi! Hallo! Hallo Mäuserich! Hallo Leute, die jetzt schon hier sind. Künstler, Künstlerbetreuer. Alle Freunde haben wir jetzt schon begrüßt hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Getränk finden für mich. Hallo! Hallo Sabotage! Hallo! Schön dich zu sehen. Ich bin ja jetzt da, jetzt kann ich noch rauskommen. Sommer heute. Wo ist denn die Frau Anna Maria Zimmermann? Das geht hier im Sekundentag, wo hier die neuen Künstler auf die Bühne gehen. Wir haben heute 50 Live-Acts. Für mich heute besonders. Ich spiele heute zum ersten Mal mit meinem neuen Aeneas. Und bin natürlich da auch ein bisschen aufgeblickt, weil das so technisch noch nie bei mir passiert ist. Und ja, deswegen heute ein bisschen aufgeblickter als sonst. Natürlich heute auch mit 40.000 Menschen hier. Also heute darf ich mir nicht ein einziges meine Nase bohren. Ich werde von überall gefilmt. Oh, was sind zwei? Was sind zwei? Gönlichkeit! In der Hand sind zwei! Oh! Angel Use! Guten Tag! Zumindest eine gute Zeit für mich! Sehr klar. Ein bisschen Bewegung da, weil ein bisschen Freude und Spaß, ich habe immer Freude! Oh, du darfst nicht ganz kurz dabei? Wie geht's? Ich hab jetzt die Hörer. Ich werde das heute mal antestiert. Ist der Fotograf abgehauen. Du bist doch förmlich! Alisa ist heute Megaparkbühne. Sie singt My Humps. Wir sind Überlebensartist. Und von Whitney Houston hast du einen mit dabei, ne? So schön. Wollen wir was trinken, Mann? Ein Bier oder ein Radlauf? Kriegst du das hin oder bist du jetzt überfordert mit der Bestellmenge? Ja, keinen Streit. Hier ist Radlauf. 17.35 Uhr ist Stage Time. Wir haben noch eineinhalb Stunden circa. Wir schauen jetzt mal, ob der Ansteller das Ganze hier geplant hat auf die Beine gestellt hat. Sabotage! Du warst schon auf der Bühne. Das war großartig. Du wirst so Spaß haben. Markus Krampel, der Veranstalter von Inselfieber. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, jederzeit. Ja, ich glaube es sieht so aus, also ich bin zufrieden. Die Leute trinken ohne Hände, feiern. Wenn du kommst, dann mach uns nochmal. Ich geb dir meine Hand drauf. Wer weiß das nicht? Das ist natürlich dann vorher oder nachher? Nachher, nach dem Aufruf. Du meinst die Playbacks? Ja, ja. Ich hab die Monitor auch alle mit angehabt. Okay, alles klar. So, nimmst du einfach einen raus. Und da hast du Atmo, da hast du die Musik und da hast du dann wieder dicht laut. Schick dir mal kurz was drauf. Ja, schon, schon. Du hörst schon was, ne? Du hörst heute wieder reden, oder? Nee. Ich spiele heute zum ersten Mal mit meinem neuen In-Ears. Und da hat ich mich auch ein bisschen aufgerückt, weil es so technisch noch nie bei mir passiert ist. Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Beta-Pan. Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Beta-Pan. Lau-la-la la-la. Vor wielche Bremsen, Österreich. Platin und Schweizer goldene Schweizer. Ja, ja, ist es schon wieder? Ich bin im Flieger. Alles egal, denn der Paskel brucht ab. Und ist es schon wieder? Ja, ja, ich sitz schon wieder Dicht in den Flieger Alles egal, denn der Bass kleint brutal Und ich sitz schon wieder Dicht in den Flieger Alles egal, denn mein Kopf macht Rular La 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 Dankeschön Oh Gott Dieses Jahr Heilen wir Gold in der Schweiz Ja 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 40.000, brutal, geil, Alter, 40.000 Leute auf dem Höchstpunkt, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ideas hat einmal frei funktioniert, links ja gerne wieder. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es handelt und welcher Ex das als nächstes machen soll, was ich hier mache. Also haut die Kommentare voll, lasst einen Like da, bis dann, euer Gönsamer.